Hallo, ich bin Andreas Hilmer und wir sind hier bei LAWO auf der NAB 2016. Auf dieser Messe hat man zum ersten Mal gesehen, was hinter den Zielen von AIMS, der Association of IP Media Solutions, wirklich steht. Nämlich, es geht um das große Thema Interoperabilität zwischen verschiedenen Herstellern. Und die Hersteller wie wir, LAWO, die wie Metrix, also ein softwarebasiertes neues Video-Ecosystem vorgestellt haben und viele andere Hersteller wie Imagine, wie Grass Valley, haben uns zusammengetan, um auf Basis eines fest definierten Sets von Standards IP-Lösungen für die Zukunft zu präsentieren und damit die Investitionssicherheit unserer Kunden sicherzustellen. Wir haben auf verschiedenen Ständen Interoperabilität zwischen verschiedenen Herstellern hier gezeigt. Am eindrucksvollsten sicherlich auf dem Stand von Arista, wo wir das Equipment von über 16 Herstellern zusammengeschlossen haben. Und das läuft alles im gleichen Switch, im gleichen System. Es gehen Streams von Navion zu LAWO, von LAWO zu Grass Valley und so weiter. Also wir zeigen wirklich, was dieser gemeinsame Ansatz hinter Alms wirklich in der Anwendung für den Kunden heißt.